So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal, Ramses der Dicke. Ich habe hier meinen auf den dicken T-Shirt an, Tanktop, dass man auch die Achselhaare sieht, Bruder Achselhaare. Sind überhaupt welche, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Mann, der Wind. Was auf jeden Fall richtig, was ist denn? Willst du es nicht nochmal machen? Wieso denn, das ist alles künstlich Videostrecken, nennt man das. Ich habe den Isbo ja schon 100 Jahre nicht gesehen. Normalerweise kam der im Sommer immer vorbei. Soll ich es vielleicht nochmal machen? Ich habe den Isbo schon so lange nicht gesehen. Normalerweise kam der immer im Sommer vorbei. Der hat im Sommer Geburtstag. Ich habe im Sommer Geburtstag. Ich habe vor ihm, er hat nach mir, glaube ich, wenn ich mich recht erinnern kann. Und wir haben dann immer ein paar Wochen zusammen verbracht, dass wir beide unsere Geburtstage zusammen feiern konnten. Wir haben uns immer reichlich geschenkt. Ich habe mich immer nicht so gefreut. Genau, jedes Geschenk, das ich dir geschenkt habe, fand es so scheiße. Da habe ich gedacht, ich bringe dir jetzt nichts mehr. Ehrlichkeit wäre am längsten. Ihr wisst, wie das ist. Ne, voll scheiße. Sieh doch wenigstens das Achtung rein, dass ihr Rammschluss kommt. Ach, das habe ich jetzt vergessen. Wenn ihr das gewinnen wollt, schreibt es in die Kommentare. Nein, ist doch gut. Das ist doch nichts mehr. Nein, aber weil ich ihn so ewig nicht gesehen habe, habe ich ihm auch nichts Neues zum Geburtstag mehr gekauft. Weil ich immer noch die Geschenke habe von 10 Jahren. Und erst mal möchte ich ihm dieses Briefkuvert geben. Bitte nicht rumdrehen, da steht nämlich meine Adresse drauf und die von denen, wo es ist. Nimm mal, pack mal aus und guck dir das erst mal an, was da drin ist. Das ist sozusagen die Vorspeise. Bin ich mal gespannt, wie du da drauf reagierst. Ach du Scheiße. Genial, guck dich das an. Was ist das? Eine Schlurb-Pokémon-Karte. Eine Schlurb-Pokémon-Karte. Die lasse ich mir vor Gold. Ihr wisst, Schlurb ist wohl sein Lieblings-Pokémon. Richtig nice. Habe ich gesehen, bei Ebay habe ich gedacht, komm, das ist doch so als kleines Gäste. Halt mal, da sind zwei drin. Jetzt wird es spannend. Du weißt, nimm zwei. Ich habe gedacht, die andere habe ich verloren, aber guck dir, ist wahrscheinlich noch mit da drin. Gibt nämlich mehrere Schlurb-Karten, habt ihr nämlich einmal so, da sitzt es dick in der Wiese. Siehst du das? Und einmal hier fliegt die Zunge rum. Am besten holst du es nochmal raus. So, siehst du es jetzt besser? Vor allem hat es hier 100kp und da hat es nur 90kp. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt wieder. Da sitzt es und da schlurpt es durch die Gegend. Ist es nicht schön. Richtig genial. Zwei Schlurb-Karten, aber. Warte, da ist doch noch ein Zettel. Lass mal kurz das auschecken. Der Zettel, den hat er nur so rein, dass man nicht da durchgucken kann und sieht, was es ist. Das müsste eigentlich ein leerer Zettel sein. Ein leerer Zettel. Das ist so original, wie es kam vor 10 Jahren. Und jetzt habe ich noch das, das musst du halt jetzt mal aufreißen. Und da mal reingucken. Aber ich war sehr kreativ, weil ich ja genau weiß, was du toll findest und was du magst. Ist da jetzt Dosenbier drin? Ja, wahrscheinlich ist da Dosenbier drin. Da habe ich wohl das Falsche gekauft. Er wollte Dosenbier. Guckt mal wie schön, wie er das sitzt. Elegant. Wie unterm Weihnachtsbaum. Und man sieht immer noch nichts. Ach du Scheiße, ich glaube ich spinne. Das liegt schon so lange über mir zu Hause mit seiner dicken, fetten, hässlichen Zunge und wie böse es guckt. Es gab so viele davon und die meisten waren ultra hässlich. Ich glaube, der kommt ins neue Video mit rein. Ich will ja nicht sagen, dass der hübsch ist, aber ich finde, er sieht irgendwie noch am besten mit aus. Sehr geil. Guck dir den Arsch an. Hey, jetzt ist es ein Fleckmond. Toll. Nein, aber den habe ich damals besorgt und gedacht, da freust du dich. Zwei Schlurpkarten und ein Schlurpkuscheltier. Dann bitteschön. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Nachträglich. Ich habe ja bald schon wieder. Ja, da hast du ja vorträglich jetzt. So, das war es auch schon bei dem Video. Habt ihr im Isbo auch schon mal was zum Geburtstag geschenkt? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn was würdet ihr ihm schenken? Außer Dosenbier. Schreibt es mal rein. Bis zum nächsten Mal. Peace out for Haut. Euer Ramses. Euer Ramses.